Ach, Nebenquest? Oh! So, komm mal her, was haben wir denn da? Ah, na ja, ja, ne sicher. Wenn wir zu ihm gehen. Was haben wir da? Oder müssen wir mit... Ah, okay, aber mit dir müssen wir da rüber reden, wegen der Juwelen. Na, warte. Da hätte ich mal gesagt, machen wir mal die Nebenquester fertig. Damit wir das immer wirklich jetzt komplett auch abgeschlossen haben. Auch wenn wir die Mission jetzt beendet haben. Aber immerhin, immerhin. Wir haben es mal wieder geschafft. Wir sind sowieso gespannt, was er wieder sagt. Bruder. Oh man, oh man, oh man. Das geile ist ja noch, ein kleines Training. Zwischendurch. Muss auch sein. Dann lohnt sich's dir umso mehr. Dann lohnt sich's dir umso mehr. Dann lohnt sich's dir umso mehr. Na dann. Wie viel haben wir? Ungefähr... Sagen wir 300... 200... Na ja, sind wir schon wieder fast bei der hälften. Bist du da naheisch? Boah... Boah... Könnt schon... Könnt man schon... Wenn man die ganze Mission haben, könnte man schon auf 21 vielleicht da sein. Und natürlich drauf an, wo entlang und etc. Aber... Wenn wir öfters wieder hin, her, hin, her müssen... Und jedes Mal regelmäßig spawnen... Kann schon hinkommen. Kann schon sehr schön hinkommen. Ja... Komm mal. Komm mal. Komm mal rein. Sag mal... Sag mal safe bei... Sag mal safe bei... Sag mal safe. Sag mal safe. Sag mal safe. Sag mal safe. Nein, der Moch ist safe. Hihi. Ich bin gespannt, was er sagt. Bruder! Nämlich nicht Bruder. Okay, Bruder! Das ist so genial. Oh Mann! Na? Oh, nö, du... Komm mal egal! Das wäre auch geil! Wenn ich mal so der Zug vorbeifahren würde. Das wäre geil! Ach so, okay, okay. Der kann halt durch. Auf und nur Endstation. Ach so, oh! Ich hab schon da auch gehabt auf die Schillig. Ja, und der fährt einfach mal so durch. Auf Spaß selber! Ja, ich bin einfach mal so durch. Heute fährt kein Zug. Und fährt einfach durch. Ja, Moch. Das wäre es. Oh, die schöne Fickerei. Bruder, ich wusste doch, dass ich mich auf dich verlassen kann. Hör auf mich Bruder zu nennen. Hihi. Danke. Damit komme ich hier endlich weg. Du gehst echt? Nein. Tiefer. Halt mich nicht auf. Du hast es vielleicht schon gehört, aber man hat es auf mein Leben abgesehen. Ich kann hier nicht länger bleiben. Ähm, okay. Aber, wenn du willst, dass ich bleibe tiefer. Und wir beide... Viel Glück, Johnny. Ja. Ja. Definitiv viel Glück. Hihihi. Geil. Oh man. Einfach kein Glück. Was? Dein Johnny schafft es überall. Also dann, Bruder, Tiefer. Wir sehen uns. Ehrlich gesagt, ich hoffe, wir sehen uns nicht mehr. Leute. Ich habe extra mein Taschengeld für dich. Ich hoffe, das ist der Controller. Alles umsonst. Sch-sch-sch-sch-sch-sch. Geht schon wieder auf. Ich verstehe es nicht. Weil... Ja. Interessant. Weil, ich würde damit sagen. Haut rein. Bis zur nächsten Folge und tsch-